Willkommen zurück in der Soundkapite des Guitarshark, Jaguado Telecastro, Fendero Deluxo Reverbo Empo. Ernsthaft, Fender Poundshop 51, eine Gitarre, die es so nie gab, die aber sehr spannend und interessant ist. Telecaster Kopfplatte und Hals, Stratocaster Corpus, optisch ein bisschen an einen alten Precision Bass, die Farbe ist auch so typisch Telecaster. Single Coil Handbagger, ihr seht keinen Schalter, Volumen und ein Dreifach-Potti zur Tonabnehmeranwahl. Und die hören wir mal über den Vibrato-Kanal des Deluxe Reverb und werden noch den Tonhunter Blues Driver Mod dazuschalten. Genau. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 . . . . . .